Wir traden uns heute hoch von diesem Flummi. Hallo Freunde, ihr habt richtig gehört. Ich mache heute die Trade-Up-Challenge. Ich versuche, irgendwelche Gegenstände zu tauschen. Wir fangen heute mit diesem Flummi an und einfach mal gucken, ob die Leute uns was Besseres dafür geben. Let's go! Was aber nicht fehlen darf, die Trader-Brille, ja? Falls es mal ein ernstes Geschäft wird, dann setze ich einfach die auf, weil dann habe ich nämlich mein Poker-Face einfach auf. Hey, yo, gib mir halt dein Geld für diesen Flummi. So, I've got this really exciting ball here. Oh my God, so cool. Maybe you've got something to trade to me. I actually don't have anything, so I really need it. Okay, okay. I would say this, but... Thanks anyways, have a great day. Good luck. See ya. Scheiße. Hast du irgendwas zum Tauschen gegen den Flummi? Was hast du? Komm, wir machen's, Digga, wir machen's, Alter. Wir machen's, Alter, Digga. Was ab, nochmal, mach ich, Alter. Für den Dier, Alter, yo, Digga, was geht, yo? Yo. Yo. Wir suchen auch sympathische Leute hier tatsächlich. Da habe ich dich getrunken. Ich labere dich jetzt einfach mal voll. Und zwar mache ich gerade Trade-Up-Challenge. Hättest du irgendwas, was du gegen mich, also dafür tauschen würdest? Äh, nee, aber ich würde gerne was eintauschen, äh, schmerzmäßig. Unterschriftsmäßig, dafür habe ich keine Zeit, Bro. Oh, schönen Tag, Digga. Digga, einfach Uno-Reverse-Karte gespielt. Wie ist denn damit? Habt ihr vielleicht Lust, dieses Bild zu tauschen gegen irgendwas? Ich mache gerade so, äh, Tausch-Challenge. Dieses wunderschöne Bild. Ist das nicht unglaublich cool? Hast du ein Feuerzeug oder so? Dieses Bild, ihr könnt es euch auch nochmal anschauen. Sieht das nicht schön aus? Oh mein Gott, ein Clipper. Echt, würdest du das tauschen? Gegen das Bild? Yo, danke für... Ey, Clipper, vielen Dank euch. Ja, schönen Tag euch noch, ne? Aber das war wieder ein nicer Deal, Alter. Digga, Clipper bekommen für ein scheiß Bild, Alter. Das Bild war kacke, Alter. Sogar ein Soft-Clipper, Alter. Die sind richtig teuer. Ey, soll ich einfach mal diesen Dude da fragen, ob er uns ein Ticket tauschen will? Ein Busticket gegen einen Clipper? Frag mal nach. Hey, yo, ich habe dieses Feuerzeug. Würdest du das gegen ein Busticket tauschen? Nee, aber ich kann nicht, leider. Kannst du nicht machen, leider. Dieses Feuerzeug, guck mal. Wie soft das ist. Kannst du auch mal anpassen. Ich habe mein Auge heute, das ist krass. Oh, 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 yo. Aber das funktioniert doch gar nicht, oder? Funktioniert gar nicht, oder? Nee, nee, nee. Krass, ne? Aber das hier, guck mal, wie gut das hier funktioniert. Funktioniert direkt, sofort. Also Busticket, komm. Ich kann drauern dürfen. Na, warte, nee, nee, nee. Aber trotzdem alles gut, Digga. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Trotzdem danke. Ciao. Hey, yo, sorry. Da habe ich das Leiter. Do you have something to trade? Unfortunately not. I really like your style, man. Thank you. Have a great day, man. See you. Ich mache gerade so ein Tausch-Challenge. Ich versuche, mich hochzutauschen. Ich habe gerade ein Feuerzeug. Hast du vielleicht irgendwas, was du tauschen wollen würdest? Ich glaube, ich habe gerade nicht. Gar nicht dabei? Aber ich finde es dir richtig gut. Alles klar. Ey, aber ich feiere deinen Teil. Danke, danke. Ich freue mich, dass du noch. Danke, dir auch. Ciao. Es ist hier die Komplimenten- und Trade-Up-Challenge. Entschuldigung, ich habe hier gerade ein Feuerzeug. Haben Sie vielleicht irgendwas, was Sie tauschen würden? So einen Kugelschreiber oder so einen guten? Oh, ich glaube nicht. Dieses Feuerzeug ist sehr gut. Das ist sehr soft in der Hand. Das funktioniert auch noch sehr gut. Oh, wirklich? Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Feuerzeug. Aber ich habe nichts. Gar nichts? Okay. Ich habe nur, aber ich denke, die ist von der U-Bahn. Das brauche ich nicht. Aber trotzdem, danke für jeden Tag. Schönen Tag noch. Okay, ciao. Die beiden hier. Auch die alten Leute sind nett. Okay, wir machen weiter. Komm, wir fangen ihn mal mit Kopfhörern an. Sorry, I'm trading different stuff. I have this lighter right now. Maybe you have something to trade with me. The thing is, I don't really know if I have anything. The thing is, anything more valuable than I want. Yeah, exactly, exactly. That would be the best. I don't know, I have a deck of cards actually. Ah, a deck of cards? Yeah, that would be the nice. Yeah, I think it's complete. It's complete? Okay, I think it's also a poker deck, man. Yeah, exactly. I think that would be a great trade, man. If you want a trade, you have it. Thanks, man. Have a good day, man. See ya, man. Thanks. Digga, das war ein guter Trade. Das war ein guter Trade. Das war auch ein guter Mann. Geil, Digga. Guck mal, hier vielleicht irgendwas? Bei dem Stand, ich frag mal. Hallo. Ich hab hier ein Kartendeck. Würdest du das vielleicht gegen irgendwas tauschen? Ein Magnet oder was willst du? Ein Magnet, ja. Ein Magnet für das Kartenspiel? Ja, ein Magnet. Bitteschön, dein Kartenspiel. Okay, wir suchen uns den Magneten aus. Ich würde sagen, der sieht schon am schickesten aus, oder? Ja, ey, vielen Dank dir. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, mach's gut. Trade up, Alter. Trade up Berlin, Alter. Schaut euch das an. So, jetzt können wir nämlich für die Touris gehen. Alter, ein schöner Magnet. Hallo. Entschuldigen Sie. Ich hab gerade diesen Berlin-Magneten bekommen. Der nicht wunderschön. Haben Sie vielleicht irgendwas, was Sie dagegen eintauschen wollen würden? Das ist ein schönes Andenken. Ich denke mal, Sie sind hier schön... Ich hab leider nichts. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Hallo. Entschuldigen Sie. Wollen Sie vielleicht mit dem Magneten gegen irgendwas tauschen? Und jetzt braucht ihr noch so ein schönes Andenken hier, oder? Ich hab aber nichts zum Tauschen. Meine Hände kann ich für nicht gehen. Ich hätte es sehr gerne, wenn ich hier gefaucht habe. Trotzdem, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank in Berlin. Ja, ciao. Hallo. Hi. Ich habe diesen wirklich coolen Berlin-Magneten. Vielleicht willst du etwas für diesen wirklich cool-schönen Magneten tradeen? Ja, oder? Es ist okay. Es ist okay. Okay. Aber es ist ein schönes Tag in Berlin. Komm, komm, komm. Ich frage mal nach, ob wir eine Bootstour dagegen tauschen können. Hallo. Ich mache gerade so Tauschgeschäfte. Ich versuche, mich hochzutauschen. Ich habe diesen wunderschönen Magneten. Hättet ihr vielleicht Lust, gegen ein Bootsticket das zu tauschen? Diesen wunderschönen Berlin-Magneten. So etwas wolltest du auch schon immer haben, oder? Dann kann ich das... Wie ist das Bootsticket? Ich vertausche das dann weiter. Dann kriegst du eine random Person einfach. Ein Bootsticket. Ah, okay. Das kann ich verstehen. Aber trotzdem dir vielen Dank. Ja, einen schönen Tag dir noch. Oder hätten wir jetzt einfach eine Bootstour machen sollen am Ende? Are you interested in trading this magnet here? It's a really cool Berlin-Magnet, man. Einfach ignoriert. Aber er hat gelächelt. Das muss man ihm... Ja, ich frage mal den Kollegen hier. Hi. Hast du kurz Zeit? Ich mache so... Ah, I'm doing trade-up. Maybe you're interested in this magnet. You want to... This Berlin-Magnet, it's really cool, man. Oh, my God. Das ist der Touri-Magnet. Wir bleiben hier ganz schön hängen, ne? Ah, niemand will diesen Magneten haben, ne? Scheiße. Ich dachte echt, der Magnet wird krasser getauscht. Die Leute denken, ich will denen hier irgendwas verkaufen. Aber wir wollen ja ein faires Geschäft machen. Also, nicht ganz fair, weil ich will ja auch schon einen Nutzen daraus haben. Aber... Hey, hello. Sorry. You want to trade something? Ah, fuck. Hier sind die Leute zu seriös. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen seriöser wirken. Hallo, wollt ihr was tauschen? Alter, guckt euch mal diesen krassen Magneten an. Ist der nicht heftig? Wollt ihr vielleicht diesen Magneten gegen irgendwas cooles tauschen? Okay, euch noch einen schönen Tag. Hi. Wollt ihr vielleicht diesen Magneten gegen irgendwas tauschen? Vielleicht so. Das ist eine super Sache, die ich würde gerne behalten, meine Sonnenbrille, ne? Sonnenbrille wäre gut, aber wenn du... Aber so ein schönes Andenken habt ihr noch nicht, ja? Nein, nein, wir haben so ein Andenken gekauft. Ach so, okay. Ey, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ja? Ciao. Danke. Alter, die sollen mir mal ihre wichtigen Items geben. Wenn wir erstmal so einen krassen Sprung hingelegt haben, wenn ich eine Bluetooth-Box oder so bekomme, Alter. Ringe, Sonnenbrille, genau das. Ich muss die Leute auch fragen, ob die vielleicht irgendwelche Sachen dabei haben, ne? Ich frage einfach nochmal nach einem Busticket. Jetzt das Busticket? Na, okay, Digga. Danke. Hm. Dieser Magnet, ne? Dieser Magnet. Jetzt müsst ihr euch mal in die Rolle von dem Verkäufer reinversetzen, der, keine Ahnung, 100 Stück davon verkaufen muss, Digga. Ich kriege nicht mal einen verschenkt. Habt ihr Bock, diesen Magneten gegen irgendwas zu tauschen? Ich mache gerade so Tausch-Challenge. Irgendwas, Digga, deine Sonnenbrille ist ultra-fresh. Tausch. Magnet, hier. Oh, komm. Ah, schönen Tag noch. Leute, ganz kurz. Kommt euch dieser Ort nicht bekannt vor? Hoch am Hermes-Zelt, den schenke ich Falko heute Nacht. Und der Tanne. Hi. Habt ihr Bock, diesen Magneten gegen irgendwas einzutauschen? Ich mache so Tausch-Challenge. Habt ihr irgendwas dabei? Ja, nochmal. Ja, Digga, hast du was dabei? Ja, ich bin dabei. Komm, 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 komm. Machst du ein Klipper, kostet 10er noch. Oh, Digga, das sieht richtig krass aus. Wenn wir das tauschen, würdest du machen, Alter. Junge, wie ehrenhaft, Alter. Yo, Alter. Ey, vielen Dank euch, ja. Schönen Tag, Digga. Ciao. 10er-Klipper gefunden. Es funktioniert auch noch, Digga. Oh. Hat gerade mich ein Vogel abgeschissen. Junge, Junge, Alter, guckt euch mal. Aber das Klipper, wirklich, das Klipper ist echt ein 10er-Wert. Ich bin zufrieden mit diesem 10-Euro-Klipper. Wir haben ein fettes Klipper bekommen. Das ist echt fett. So ein schönes, chrom-metallic-Look-Klipper. Ich würde sagen, wir können aber damit nächste Woche weitermachen oder so. War wirklich ein sehr, sehr geiler Stream. Wir sehen uns die Tage auf jeden Fall. Und jetzt, ciao.